So, ähm, ich musste kurz bei OBS, Streamlabs OBS was umstellen, ähm, Valheim kann ich ja 60 FPS ohne Probleme aufnehmen, dieses Spiel sagt er mir bei 60 FPS, Computer sagt nein, dann muss ich jetzt auf 30 runterfahren und er läuft mir flüssiger. Also sorry für das, dass die erste Aufnahme so ein bisschen richtig keck war, aber... Ein Kleeblatt, wir brauchen, wir brauchen Kleeblätter für Rüstungen, ne? Seh ich gerade. Ja, hab ich sogar. Wo findet man die? Ich suche an das Wasser ranzukommen, da oben. Weißt du, wie ich da hinkomme? Ja. An den Wassertropfen da oben? Nicht den fallen, sondern den hier, nehm ich mal an. Okay, wenn du das machst, dann ist der Wasserpropfen weg. Okay, hast du dazugelernt. Ähm, das ist eine gute Frage. Wie kommt man an so ein Ding? Wir können ja nicht schwimmen, ne? Also. Ah. Was musstest du machen? Einmal draufhauen. Nimm du mal. So, das war klares Wasser. Und hast du es gerade getrunken? Reicht es nur für ein Ding, oder? Ja, das füllt mich einmal auf. Okay, nur einmal ranhauen, dann fällt es runter. Okay. Ja. Perfekt. Also, ähm, ich würde vorschlagen. Ja. Warte mal, jetzt kann ich eigentlich die Musik wieder, ähm, einstellen. Kleeblätter wäre super, wenn wir hier ein bisschen mehr Kleeblatt finden. Ich habe jetzt, äh, in der kurzen Zeit die Patrick hier, die Aufnahme, ähm, ich bin krank und, äh, gesenkt im Maximal Ausdauer. Warum bin ich krank? Ach komm, scheiß drauf. Ich nehme hier mal einen Dixpunkt. Weil du ekelhaftes Wasser getrunken hast. Bin ich immer noch krank? Jetzt bin ich immer noch krank. Wie heilt man das eigentlich generell, ne? Ich kann ja hier... Um die Gesundheit, aber... Krankheitsheilung... Ich esse Pilze. Okay. So. Ich brauche... Wir brauchen aber Kleeblätter. Kleeblätter für Rüstungen. Also, ich kann, ähm... Ich brauche ein Seil. Warum habe ich jetzt gefuttert? Sag mal. Ah, okay. Also, er fordert... Ähm... Was bringt da genau nichts? Ich kann es nicht herstellen. Er fordert Werkbank zur Herstellung. Was? Über die Rüstung. Ja, ich denke mal... Wie gibt es dann die Rüstungen? Äh, die... Ähm... Ich denke mal, wir bauen uns eine Base, ne? Wir müssen übrigens auch ein offenes Zelt bauen. Hat, äh... Ding gesagt, weil es langsam auch dunkel wird. Achtung. Herstellen. Also, hier Lager und nützliches. Offenes Zelt. So, ein... Brauchtest du es, äh, jeder eins, oder wie? Ich habe mal zwei hingebaut. Ein super Bau. Ja, äh... Bauen? Ach so. Jetzt brauchen wir nur noch... Wie kann ich jetzt, äh... Wie? Was? Äh... Wie kann ich jetzt aus diesem Baumenü raus? Vielleicht mit X oder so abbrechen? Keine Ahnung. Nee? Na gut, ich mache es auch mal so. Ähm... Ah! Linker Maustast. Okay. Hinbau. Super bauen. So. Ach, warte, das ist das Kleber, ne? Ich benutze es. Für... Respawn-Punkt. Dann nimmst du das andere für den... Nö, ich kann das gleiche benutzen, übrigens. Nö, ich möchte es aber umstellen, ehrlich gesagt. Und wie kannst du das F umstellen? Vielleicht, ähm... Hier rein. Wenn es geht. Nee, da können wir nicht. Wir können nicht auf diesen Objekten. Ich platziere es, äh, da. Wo? So. Da hinten, irgendwo. Wir gehen mal ran. Untersuch die Explosion, oder? Ja, gut, Alter. Und ich benutze es zum Schlafen. Ah, nee, wir können noch nicht schlafen. Erst in 20 Minuten können wir schlafen. Weil hier im Moment... Am Anfang ist es noch zu dunkel, um irgendwas zu sehen. Also real-time, oder was ist das? Nee, nicht real-time. Ähm, ich brauche noch Kiesel für Spießgrill. Und, und... Äh, irgendwie fehlt mir gerade die Base, die Basis, ne? Irgendwie... Ja, die müssen wir freischalten. Ähm, nee, nicht so Basis, sondern eben halt... Wie findet man Kleeblätter? Ähm, du musst einfach irgendwelche Häuser zerstören. Nicht Häuser, sondern, ähm, Dingens, wie heißt das? Ich finde nur die ganze Zeit Sprössling und Co, ne? Klee... Kleeblatt, hier. So, jetzt können wir schlafen. Ich bin bereit zum Schlafen, du? Ähm, ich habe jetzt gerade Kleeblätter. Ich weiß, wie man Kleeblätter findet. Okay, nice. Also, ich muss einfach ein Kleeblatt... So. Nutzen für Schlafen. So. So, wir sind wach, haben Hunger und Durst. Wie, was? Da ist ein Wasserhahn, den hole ich mir. Den siehst du? Ah, guck mal. Oh, willst du noch einmal draufhauen? Tastes gut. Um? Ja, ist noch einmal. Höh, bei mir war... Ne, nimm dir den. Ne, zuhör. Weg. Komisch. Die rollen weg. Ne, aber ich... Ah, und, Mr. Anni. Komisch. So, also, weißt du, was ich jetzt noch hinbauen werde? Nein. Herstellen. Ähm... Aber ich habe hier... Wo war das jetzt? Ich baue hier... Ich habe Kleeblätter gefunden. ...ein Spießgrill hin. Ah, hier unten, hier hat es Kleeblätter. Das ist doch perfekt, ne? So, wollen wir hier... Muss angezündet werden. Anzünden. Braten. Was kann ich braten? Ich habe nichts zum Braten. Ich habe was. Ich habe was. Ich... Weg. Mache hier aber kurz mal, ähm... Den Klee weg. Damit wir uns dann Rüstungen bauen können. So, kann ich die Dinger eigentlich, äh... Okay, hier kann ich das braten. Äh, weißt du noch, wo das Dingens war? Das Computerhaus? Nein. Äh, kann... Ich fahre mich jetzt nur auf so Doofheit, wenn das Ding... Es gibt ne Map. Ja. Okay, Läusebraten. Übrigens, ich bin jetzt ohne Effekte und Co. Also, ähm... Oh, gut genährt. Gibt das Läuse-Ding. Nice. Äh, was hast du dafür getötet? Äh, ne Laus oder so. Okay, ähm, ich gehe... Ich suche die Forschungsstation, ne? War das hier? Ich schaue noch ein paar Kleeblätter, äh, ab. Ah, auf der Map wird das angezeigt, die Forschungsstation, ne? Ja. Bauer eine Werkbank, analysiere die Grasplatte im Gesurzen. Oh, wow, das sieht echt schön aus, die Marienkäfer. Oh, das sieht echt schön aus, die Marienkäfer. Ach so. Ach so, es gibt mehrere Levels, die man freischalten kann. Also, dann... Machen wir doch jetzt mal hier, analysieren. Ja, äh, kannst du jetzt, äh, mehr analysieren? Oder bin ich jetzt gerade... Jetzt können wir Vorratskorb und Klee-Tisch bauen. Ich möchte aber wirklich jetzt mal Rüstungen bauen, ne? Warum kann ich nicht herstellen? Er fordert Werkbank zur Herstellung. Oh je, meine... Und wo ist denn... Wo ist diese Werkbank? Ich kann mal die nie herstellen. Eichelstaufen, Augenklappe, Trinkflasche, Sprösslingsbogen. Möbel, Klee-Tisch. Ein einfacher Tisch aus Klee. Sprösslingszauern. Au, ausgestopfter Rüsselkäfer. Hm. Ist ne Deko, okay. So, Grasplatte analysieren. Noch 8 Minuten 20 zur Dingens... Oh, jetzt hab ich hier ne Werkbank. Ne Werkbank, wir können ne Werkbank herstellen. Und wir können, wir können, wir können ne Base bauen. Ähm, wo sind die 3... Hier oben sind sie. 1, 2 und... Ich bringe 4 mit. 3. Ich hab 3. Die Frage, die Frage, ne? Ist halt irgendwo durch. Oh mein Gott, ne Grastür und was weiß Gott, was hier. Konstruieren. Ähm, wie nennt man das? Okay, mit E. Komisch. Äh, wo kann man das bauen schon wieder? Also das... Die Dingens, den Boden. Was für ein Boden? Haben wir das noch nicht? Wir haben Wände. Ach so, wir haben Wände und Türen. Ja, wär cool, wenn wir mal... Ich bau dann mal hier die Werkbank, ne? Wie, äh, verlässt man das Ding? Ach, mit rechter Maus das. Okay. Superbau! Guck mal hier, Werkbank! Okay. Nice. Und jetzt bauen wir uns... So. Und jetzt noch ein bisschen Seile bauen. Okay, jetzt haben wir hier zu wenig. Ähm. Wow, du hast ja echt... Du baust echt gut gut durch. Äh, Inventarkopf. Also hier kommen wir quasi hier hin. Dann... Hier ne... Ah. Graswand mit Fenster. So, kann ich das noch einmal herstellen für dich? Ich brauch Kleeblätter. So. Alles klar. Ich geb dir mal die Beinschienen. Die kann ich, ähm... Dir übergeben. Wie geht das denn jetzt hier? Fangen lassen. Was hier? So. Guck mal hier, du kannst jetzt... Ja, jetzt genau vor deinen Füßen. Ich hab dir hier eine Augenklappe und da hinten noch, äh... Eine Schiene gemacht. Jetzt muss ich noch auf Klee... Suche. Inventar. Ja, wie rüste ich das jetzt aus? Äh, rechts. Ausrüsten. Einfach rüber, per Dragondrop rüberziehen. Ausrüsten. Augenklappe. Okay, nice. Ich hab mir... Dooferweise hab ich eben eine Augenklappe gemacht und wollte was anderes machen, aber ich dachte, ja, warum... Warum wegschmeißen? Okay. Ich fang mal an, hier ein bisschen den Wald zu ruhen. Wir brauchen ja Platz, ne? Ja, ähm... Aber auch übrigens Hunger. Also wenn wir irgendwie... Ich wollte wirklich noch, ähm... Hast du... Disteln-Stachel haben wir wahrscheinlich nicht, ne? Irgendwo rumliegen. Ne, ich hab die nicht kurz irgendwo noch gefunden. Ah, Klee... Ich... Hol mal noch kurz mal ein bisschen Klee, damit, äh, ich deine Rüstung noch vollenden kann. Oh, oh. Da zwiebelt was unter dem Boden durch. Da kommt was aus dem Boden. So, Entschuldigung. Jetzt hab ich allen Klee, äh, leider hingerafft. Aber du hast, ähm... Den... Oh, Seile. Okay. Unkrautstängel brauche ich. Ups. Pflanzenfasern. Okay, die kriegt man dann, glaube ich, aus allem möglichen Quatsch hier runter. Da, ne? Aber warum hab ich jetzt... Wo ist die Spitzhacke? Wo ist die Hacke von mir? Die ist kaputt, vielleicht. Nö. Ich weiß nicht. Geht die so schnell kaputt? Kann sein. Oh je. Also ich sammle mal hier die Pilze wieder auf, damit ich irgendwas zu essen habe. Pflanzenfaser... Pflanzenfaser... Zum Glück gibt's das en masse... Ähm... Kieselsperr. Okay, jetzt brauche ich irgendwo noch einen schönen, wunderschönen Stein her. Weißt du, wir kommen wieder in die Welt und bauen und rohen dann alles ne Runde runter und... ... da ist ja immer das gleiche mit uns, ne? Ja, das kennen die Zuschauer nur zu gut von uns. Ich hab die Kiesel-Axt im Eventar, warum auch immer. Egal. Erstelle ein Stück einer Rüstung. Ah, das geht übrigens auch, wenn man ohne Axt draufhaut. Also nur mit der... mit der rohen Faust geht's auch. Ja, dauert einfach dementsprechend länger. Ich mein einfach, äh, wenn du was, ähm... ... trinken möchtest, so rum. Mhm. So, jetzt hab ich ein Speer gecraftet. Hm? Komisch. Hä? Hm. Sehe ich die... ...Status-Werte... ...Schaden... ...Täubung, Schaden... Ah, okay. Der Speer ist einfach viel schneller... ... beim Angreifen. So. Hm... ...ich braten wir mal ne Runde, ne? Was denn das? So, ich hab mir ne Kleehaube hergestellt. Ich hab dir... ...ich hab jetzt 10 Klee... ...was brauchst du denn noch? Kleehaube... ...also ich hab die Schienen... ...die Haube... ...ein Poncho brauchst du ja nicht noch, ne? Poncho... ...ja, da mach ich noch paar Seile. Ich hab keinen Seilen mehr. Ich... ...kann dir nen Poncho machen. Kannst du? Okay, nice. Habst du den schon, Poncho? Ja, hab ich jetzt... ...wangen lassen. Ich frage mich mal, wie man repariert man die Dinger... ...irgendwann dann... ...in 10 Jahren. Ah, Rechtsklick reparieren. Und was haben wir hier jetzt? Gut, äh... ...Rüsselkäferbraten. Quazit-Stück. Ach so, das haben wir noch nicht. Rüsselkäfer gebraten. Jo. Wo hast du den Rüsselkäfer getötet? Ähm... ...die rennen hier rum. Ja, stimmt. Also... ...und ich sammle einfach alles, was ich hier... Fliegenpelz! Hast du schon irgendwo nen Fliegenpelz gefunden? Hm... Nee... Übrigens, ich hab schon wieder einen Rüsselkäfer... ...und ne komische... Hey! Laus, renn doch nicht weg! Ach, wo ist jetzt die wieder hin? Hm... Ist wieder ne schnelle Sache hier. Ach, und übrigens, die Zeit, ne, die rennt auch immer wieder davon hier im Spiel. Oh, ja. Das ist extrem. Ja, dann, äh... ...sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Ja. Bis dann! Tschüssi! Bis dann! Guten Tag!